Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, Tag 20, kurz nach 8. Hi Minjas. Guten Tag, ich stapel gerade Spitzen übereinander. Sehr gut, ich hole Wasser. Weil du eben schwörst, wenn du hier wie viel Spitzen setzen musst. Noch bei mir oder bist du schon losgelaufen? Ich bin am Wasser jetzt. Fast. Komm, Federn. Yeah. Oh, Spitzen setzen ist toll und überhaupt die letzten beiden Folgen. Ich als Zuschauer, ich bin, genau, liebe Zuschauer, wir haben jetzt zwei Folgen gehabt, wo wir gefarmt haben oder ein bisschen Material besorgt haben. Ich hätte gerne mal ein Feedback. Ist das langweilig? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sagen will, nein, mach das ruhig, das ist ganz toll, was du da machst. Darum geht es mir nicht, sondern einfach nur, für mich ist das langweilig. Ich habe lieber per My Action. Per My Action, ja, aber das gehört halt dazu, ne? Also wir müssen halt zur Euch holen. So, ich setze jetzt auch Spitzen an die Hauswand, oder? Was meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Ansonsten lass den Server laufen und ich bastel was. Was bastelst du? Ja, ich hole dann Steine, Eisen und so. So ein paar Stunden Brain AFK. Einfach mal unter der Erde kloppen. Ich habe gesehen, irgendjemand hatte bei Twitter einen Mining-Bot gebaut mit einem Xbox-Controller irgendwie. Nach vorne und immer eine Taste gedrückt mit Gummibändern. Sieht total geil aus. Schön reinstellen. Achso, um einfach, aber dann buddelt der immer in eine Richtung, oder was? Genau. Okay. Und dann so ein Endlos-Video für YouTube draus machen. Ja. Oh, wir haben die Wand noch gar nicht aufgewertet, sehe ich auf der Seite hier. Wir haben die Wände so aufgefüllt, aber das können wir dann später mit Beton machen. Ja, das macht nix. Mechanical Parts. Oh, wieso verliere ich jetzt Euch? Oh nein, ich muss niesen. Oh nein. Gesundheit. Gesundheit. Tschö. Ah, Mute-Taste. Ich habe vergessen, wo die war. Bei Aufnahmen mache ich so selten Mute. Plan Fiber ist kein Motor. Wie lange haben wir denn jetzt hier? Wir haben ja eine 4-Reihe. Das ist jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Und hier ist auch 4. Das heißt, die Reihe stimmt. Und hier haben wir auch theoretisch 4. Außer da oben fehlt noch so ein bisschen. Aber hier vorne nicht. ein bisschen ruhig, gell, heute. Also ein bisschen so... Ja. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Alles getillt. Alles getillt. Ganz easy. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Habe ich Eisen? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Holz, Holz, Holz. Hunger, Hunger, Hunger. Gut. Es scheinen schon wie viele Kommentare. Hunger. Genau. Du musst essen. Egal. Es wird schon passen. Haben wir hier auch schon 4? Ich glaube nicht. Ich habe 134 Spikes habe ich noch. Die haue ich gleich rein und weg. Hallo ihr Zombies. Die lungern schon hier rum. Ich kümmere mich um die, bevor die die teuren Spikes wieder weghacken. Äh, Crossbows hast du? Äh, nee, mache ich jetzt gleich. Super. Forged Iron müsste da sein. Ey, geht weg da, ihr Viecher. Ey, du Otto. Otto ist auch gut, ja. Mag ich den Ausdruck. Wieso habe ich jetzt ein Level Up? Soll ich nichts tun. Okay. Der hat Geld dabei und ich kann es nicht aufnehmen. Nein. Kann doch die Pillen nehmen. Take the Bills. So, was kann ich hier stacken? Das wegnehmen, beziehungsweise das schmelzen wir ein. Eisen. Ich würde jetzt gerne mal die Barbed Fence machen. Wo mache ich die denn? Crapstream Inventar, oder? Secondary. Was brauche ich? Ich brauche da etwa ein Tool & Dicep, oder was? So, ich habe Eier und ich habe Speck. Und das heißt, wir machen Bacon & Necks. Und aus dem Rest mache ich Shared Meat? Nee. Was hast du das? Boiled ist immer cool. Warte mal, ich mache mal. Boiled, das war mit Wasser, oder was? Habe ich 37 Stück in der Tasche. Muss ich noch reinschmeißen. Wir müssen noch mehr Gläser machen, wir brauchen mindestens 100 Gläser, wenn wir das Brot produzieren. Dann kommen nochmal 51, hier sind noch 41 Stück drin. Achso, ich dachte, du hättest sie mitgenommen. Hatte ich auch, die, die fertig waren. Der Rest ist nochmal drin. Achso, da hat er dabei. Ich habe mal mehr angesetzt, ja. Ich habe mir erst noch ein Brass. Schmeißen wir hier rein. So, was wollte ich machen? Ich wollte erstmal was Futter. Oder? Na, gleich. Haben wir noch irgendwas zum Wegschmerzen hier? 25, was gibt es? Das Fleisch, das andere? 38. Leather. Ich habe so viel Krams. Öl. 36 Öl in der Kiste, alleine schon. Ganze Fleisch aufgefressen. Ich habe noch eins, zwei in der Tasche. Also, mein Spoilt Meat ist besser, ja. Ja, das gibt echt gut. Haben wir noch Holz irgendwo? Nee, ne? Ich habe noch. Wie viel hast du noch? Dann sage ich dir gleich. Mann, waren wir im Knast, haben vorgeguckt, wo es hin muss. Naja. Wie viel Holz habe ich noch? Äh, 750. Kannst du mir die Hälfte bitte geben? Ja. Danke. Dann setze ich mal hier die Barb-Fencers an. Ah, die werden mit Holz... Okay. Alles klar. Holz und Eisen, ja. 20 Stück. Oh. Liebe Freunde der Leichtunterhaltung, ähm, Crossbow, also, ich brauche zweimal Klebeband. Zweimal Klebe haben wir, wir haben Leder und wir haben Forged Iron. Ja. In der Forge müsste welche sein. Aber jetzt check ich erst mal aus. Check ich diese aus. Ich habe übrigens 135, ähm, 135, äh, ne? Und so weiter. Ich habe 155 Federn. Und 396 Spitzen. Was wollte ich denn sagen? 135 Cornseeds aus den trockenen Pflanzen rausgeschlagen. Ach, da kommen Cornseeds raus. Ja. Ähm. So. Wo ist Forged Eisen? Forged Eisen ist wo? Hast du normales Eisen? Müsst du in der Forged sein? Äh, normales Eisen bin ich gerade am Einschmelzen ganz rechts. Oder was meinst du, welches meinst du denn? Scrap Iron meine ich. Ja, ganz rechts in der Forged. Okay, gut. Forged Iron ist da auch drin. Wo? Ganz rechts. Zwei. So, dann brauche ich zweimal Klebeband und viermal Kleber. Kleber habe ich da extra hier irgendwo rein, nach oben. So. Wo habe ich denn den Kleber hin? Hast du den Kleber gesehen? Äh, nee. Ich habe doch extra 10 Kleber oder so gemacht. Äh, im Lagerfeuer. Im Lagerfeuer ist er noch? Ach, durchs Einkrauchen noch. Alles klar. So, was brauche ich noch? Ach, nö. Das haben wir. Lederstreifen brauche ich. Clou haben wir. Leder ist hier oben drin. Und Forged Iron haben wir auch. Das heißt, ich brauche nur das Leder. Müsse in einer der Kisten sein. Hier. Dann könnte ich doch eigentlich, nehme ich mir noch einen dritten Klebeband raus und mache gleich einen dritten oder vierten Crossbow. Weißt du, bevor der... Ja, wenn das passt. Gerne. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Weapons Missing. Jetzt würde ich noch mal gucken, ob ich noch... Weil ich habe 29 Punkte. Vielleicht kann man ja da noch das ein bisschen... Ich habe 14. Oh, Sexual. Nee, reicht nicht. Also Weapons Missing. Brauchen wir mal Player Level 60. Ich glaube, das ist noch ein bisschen weit hin. Was ist denn dann der Crossbow für eine... Das gehört doch zum Bogen. Das müsste dann Archery sein. Das heißt... Nee, Archery verbessert aber nicht das Craften von Waffen. Das ist rein das Dings, ne? Ähm, Bogenschießen, ja. Achso, ja, schade. So, fünf Minuten. Cool. Ich würde sagen, ich packe den Rest in die Kisten. Mhm. Forged Iron mache ich mal wieder in die Forged zurück, damit wir es zentral haben. Ähm, während ich das crafte, dann könnte man schon mal Iron Arrow hat, könnte ich schon mal Crossbow Balls ansetzen. Iron Crossbow Balls. Ja, ich habe schon 100 Stück fertig. Ich habe hier, wenn du Spitzen brauchst, ich habe 400 Spitzen. Warte, ich schmeiße mal die Hälfte hin. Ja. Iron Crossbow Balls. Zack, 65. Dann habe ich nämlich den Rest der Federn auch durch. Dann packe ich das Leder in die Kisten und, ähm, Mission Kisten sortieren. Müssen wir auch, wie es machen. Ja, so ein bisschen haben wir schon, ne? Ich brauche unbedingt Holz. Ich brauche jetzt wieder Federn, also bei mir sind jetzt wieder die Federn das Problem. The Feathers, wie, ich kann, ich dachte, ich habe Rocket Launcher gelernt. Oh, mir fehlt ein Rezept. Echt? Aha. Wir haben 104 Mais. So, pass mal auf. Jetzt teile ich den... Quatsch. So, jetzt habe ich den Mais aufgeteilt. Pass mal auf, jetzt hast du ein Crossbow. Hier. Yay. Drop it like it's hard. Danke. Und, äh, Bolzen hast du dir schon gemacht, richtig? Hat ich schon. Ich schmeiße dir mal die Hälfte hin. Dann würde ich sagen, wir machen in die rechte Kiste, machen wir unsere alten Bögen rein. Habe ich gerade gescrappt. Und die alten, die alten Bögen und die alten Pfeile. Einfach nur als Ersatz. Weißt du, was ich meine? Pfeile hatte ich nicht mehr, Bogen habe ich gescrappt. Hier liegen Crossbow Bolts schon mal 52. Danke. So, mein Miner müsste auch bald fertig sein. Dann würde ich sagen, hast du noch Spitzhacken gemacht? Noch nicht. Mir fehlt Holz. Ich muss Holz holen. Hier, bringe ich dir. Hier. So, müsste für Spitzhacken auf jeden Fall reichen. Ähm, trinken. Habe ich doch gelbe Pflanzen oder habe ich sie gedroppt? Ne, 17 Stück. Oh, wir haben Stahl. Ähm, 17 Stück. Dann nehme ich mir die hier raus und das raus. Oh, jetzt weiß ich, warum hier nichts mehr brennt. So. So. Und Golden Rod, 17 Stück. Dann haben wir das auch. Vier Mechanical Parts. Ja, dann lass uns in den Keller gehen und unseren Tunnel Richtung Knast weitermachen. Ich brauche nur eben kurz Mechanical Parts. Wo sind sie? Wofür brauchst du die Mechanical Parts? Ich würde gerne eine neue Ranch machen. Ich habe gerade Bad Mechanic gelernt. Okay. Ich bin jetzt blind oder was? In Service. Die Frau kommt hier im Hintergrund rein. Während Aufnahme. Hallo Frau. Nach nichts ist ganz leise. Dem Mann was zu trinken. Oh. Eine gute Frau. Liebe Grüße an Serien Dippe D. Ich habe sie extra gefragt, ob sie mitspielen will. Ich habe sie extra gefragt. Sie sagt nein. Weil der Kaiser dabei ist, hat sie keinen Bock. So selbstverständlich. Danke Frau. War ein Spaß. Das hat sie natürlich nicht gesagt. So, Äxte. Jetzt schlägt es wieder an dir, mein Freund. Er ist am Machen gerade. Wo sind die Mechanical Parts? Ich bin da. Mein Gott. So, Wrench. Moment, was hast du mir da gegeben? Du hast Iron Crossbow Walls. Wieso sind die? Gibt es nur Iron? Ist das das Kleinste? Das ist das Einzige, glaube ich, ja. Na gut. Ja, komm, dann lass uns mal in den Keller gehen. Ja, ich setze mal eben Golden Rod an. Habe ich auch gemacht. Ah, ist schon super. So, und das da rein. So, zeige mal deinen Crossbow Walls hier, Schätzelein. Jawohl. Schießt. Klapp. Schießen brauchst du nicht. Ups. Ich wollte einfach nur ein Foto machen. Na gut, machen wir. So, hatten wir unten einen, äh. Wer hat denn, glaube ich, einen Heuballen, ne? Ich teste mal. Ja. Oh, du hast bekloppt. Geh mal weg. Ich drück dann auch. Bin weg. Ja, ich seh ihn aber von oben schon. Ach, sehr gut. Du hast immer das Gefühl, die Beine schieben sich in den Körper. Ja. Das ist so. So, wenn du dich in die Hocke begibst, kann ich oben schlagen? Ja. Kinder. Hast du schon eine Axt angesetzt? Laufen schon, ja. Ist gleich fertig. Okay. Jetzt, fertig. Warte. Die erste. Ich hoffe, die fällt nicht raus aus der Welt. Ne. Wie weit sind wir denn überhaupt nicht? Ich guck mal kurz auf die Map. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Ja, wir brauchen noch ein Stückchen. Okay. Wir haben ein Thema. Wenn wir jetzt hier im Keller schlagen, dann, ähm, wieso bist du so fix da vorne weg? Also, ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf Schläge, dann ist so ein Stein weg. Oh, jetzt ist meine Axt kaputt. Okay, meine hat noch ein Drittel. Mining Tool ist 53. Ey. Ja, jetzt geht's voran. Haben wir ein Thema. Seven Days to Die, cool. Also, es macht wirklich wieder richtig Bock. Ist geil, ne? Ja, finde ich auch. Wobei, ich sagen muss, dass ich selber das Gefühl habe, dass diese kurzen Folgen natürlich nicht viel zeigen, aber wie viele Folgen willst du am Tag bringen, ne? Ja. Schaffen wir leider zeitlich nicht. Also, manchmal, jetzt haben wir zum Beispiel einen Vorrat, haben wir jetzt, heute ist Montag, für euch ist heute Sonntag. Sonntag, Sonntag, ja. Schönen Sonntag übrigens an dieser Stelle. Theoretisch könnten wir zwei Folgen, wir können ja so ein Sonntagsding machen, oder? Special, entweder eine längere Folge oder zwei Folgen. Ne, zwei Folgen, eine morgens, eine abends. Hm. Auch das wäre ein Ding. Moment mal, dann ist vielleicht für euch jetzt schon Sonntag früh und heute Abend guckt ihr noch eine Folge. Ja. Ja. Das ist natürlich geil. Ja, so machen wir das. Seven Days im Überfluss. Ja, wir haben jetzt, wir haben vier Folgen im Plus, also das schaffen wir locker und wir nehmen jetzt wieder recht früh auf, also. Das passt. Das passt. Ja, wir kommen gut vorwärts, Hälfte haben wir. Okay, also könnt ihr immer Sonntag, könnt ihr sagen, morgens wach werden, Folge gucken. Oder ihr werdet abends erst wach, wie der meiste YouTuber. Und dann guckt ihr zwei Folgen. Genau. So, direkt hintereinander. Immer wieder sonntags gibt's zwei Folgen und uns. Genau. Und dann haben wir sie und am Abend nochmal die Folgen gespielt. Hab ich nur was? Genau. Klatsch, klatsch. Klar, diese Zeitblase ist immer wieder lustig. Ja. Zeitreisen sind möglich. Ja, zumindest bei YouTube. Und Axt fertig. Komm, Baby. Yay. Drei, vier, fünf Schläge. Verdammt. Der geneigte Zuschauer macht den Double-Tap rechts auf den Videoplayer, also sofern er sich in der App befindet. Und skippt zehn Sekunden weiter. Und denkt sich, oh, labern die immer noch. Warte mal zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Zwei, eins. Haha, immer noch da. Ja. Immer noch kloppen. Und nochmal. Ja. So, ich bin gespannt. Wir müssen uns wieder einführen. Geht das schnell? Wir müssen uns am Ende der Folge ein Codewort sagen. Ein Codewort? Nichts mit Code zu tun. Ein Losungswort. Ah. Müssen wir mal wieder anfangen. Und zwar, wir können jetzt schon mal sagen, weil wir sind ja eigentlich am Ende dieser Folge, das Wort dieser Folge, weil heute Abend vermeintlich, oh, ich hoffe, wir haben uns nicht verrechnet, aber es wird schon passen. So, wir sind ja abends, aber morgens, das werden wir sehen, ist Doppelfolge. Also, wenn ihr bis zum Ende guckt, bis hierhin, das sind jetzt 15, 16 Minuten, das ist schon länger als die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des geneigten YouTube-Zuschauers. Also, ich meine nicht dich damit und ich meine auch nicht dich damit, der jetzt gerade, oh, was, hat er mich beleidigt? Nein, das meine ich nicht, sondern das ist ja so. Also, man sieht es ja an den Few Times, dass Folgen so im Durchschnitt 8 Minuten geguckt werden und gerade solche, ich kloppe in die Wand, bis ich blau werde, Folgen. Och, die sind spannend. Losungswort. Einfach Doppelfolge. Ihr macht in den Kommentaren einfach Hashtag. Hashtag ist gut. Hashtag Doppelfolge. Hashtag Doppelfolge. Einfach nur das, nicht Losungswort oder irgendwie mit Codewort, irgendwelche Spielreihen oder so, einfach nur Doppelfolge. Und ich weiß, dass ich mich, wenn das alles in den Kommentaren steht, mich nicht mehr erinnern kann, warum steht jetzt hier so ein Kram. Oh, wir sind übrigens beim Knast. Fast, ja. Ich würde sagen, wir budden uns in die Mitte. In die Mitte. Wir sind auch gleich wieder, ist ja fast morgens. Ja, genau. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, bis morgen. Macht's gut. Hashtag Doppelfolge. Vielleicht bis heute Abend. Bis heute Abend, genau. Werden wir sehen. Also, wenn wir uns nicht verrechnen. Bis dahin, wir gucken mal. Tschau.